Hallo, Glück auf und herzlich willkommen! Buenas noches! Genau! So, das ist das Stichwort auch schon. Wir sitzen hier in einer Tapasbar in Hückelhofen bei José und Renate. Renate ist nicht da, ist krank. Nichts Schlimmes. Liegt auch nicht am Essen. Wir wollten das jetzt hier unbedingt nochmal aufnehmen, weil... Totschick! Wir haben jetzt schon gegessen, weil wir waren sehr hungrig. Das stimmt! Man muss nicht nach Spanien fahren, um Spanien genießen zu können. Einmal die Vorspeisenplatte, Marcelo, von unserem Sohn. Das sieht gut aus! Gerade mal jetzt die Vorspeise, es kommt die richtige Vorspeise. Dann guten Appetit erstmal! Dankeschön! Dankeschön! Danke! diese Vielen Dank! Musik Musik Das ist Nieders. Das ist Nieders. Das ist Nieders. Musik Essen tippe die top. Tippe die top. Lässt sich nicht meckern. Tun wir auch nicht. Und wer ist dafür verantwortlich? Der meister Jose? Ja. Der hört das auch schon raus. Spanische Wurzeln. Ja. Richtig. Er weiß was er tut da in der Küche. Jose, wo sind wir jetzt genau hier? Wir sind genau hier Hückelhofen-Bahl, die Ecke. Und das ist in der Nähe von München, Gladbach, Aachen. Dazwischen liegen wir. Ich verlinke das da unten mal. Ja, richtig. Homepage hast du ja. Haben wir auch. Ich ballere ich alles rein, wie gehabt. Könnt ihr mal gucken. Das Schöne ist, ihr macht auch Wohnmobildinner. Richtig. Machen wir auch. So. Ich zeige euch gleich Bilder. Wir machen gerade auch in so einer Art Wohnmobildinner verkehrt rum. Ja. Richtig. Wir haben direkt den Dicken vor der Tür geparkt. Jose war so freundlich, er hat abgesperrt für uns. Richtig. Und sind dann aber reingegangen zum Essen. Aber das gleiche, was ihr hier bekommt, bekommt ihr auch im Wohnmobil. Ja. Und das ist... Habt ihr das auf der Homepage vermerkt, Anmeldeverfahren, irgendwie sowas? Haben wir auch. Ja, genau. Wir haben auch... Facebook sind wir auch drin. Okay. Und dann können wir dann auch praktisch... Also wenn uns jemanden schreibt, sehen wir das sofort. Und dann schreiben wir das sofort auch noch zurück. Also wir haben... Machen nicht sehr viel mit Wohnmobildinner. Also nur vier Fahrzeuge. Ich meine, wir haben einen größeren Platz hier. Aber... Ja, aber vier Fahrzeuge sind vier Fahrzeuge, ne? Ja, genau. Ihr könnt auf jeden Fall mit dem Wohnmobil kommen. Vorher anmelden, bitte. Und dann könnt ihr hier lecker Tapas essen. So ist es. Und auch lecker Eis. Ja. Ist auch ein Gelato. Ja? Ja, richtig. Sommer, schön Platz draußen. Mit... Zwei Plätze, ne? Hier vorne hast du... Hier vorne und einmal links und rechts Autonomie. Genau. Kann man sehr schön draußen dann auch sein Eis genießen. Oder seine Tapas. Genau. So, du bist Inhaber hier? Wir sind Inhaber, meine Frau und ich. Wir sind Inhaber hier. Wir machen das seit jetzt ungefähr dreieinhalb Jahren. Mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft. So wie ich das zumindest gesehen habe. Genau. Machen wir das auch gerne. Selbstverständlich. Ne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine richtig coole Socke. Macht richtig Spaß. Und es gibt auch ein entsprechend San Miguel. Ja, das geht. Nein, alles wunderbar. Also, wir wollten euch das auf jeden Fall noch mal vorstellen. Und wer möchte, kann gerne kommen. Bitte anmelden. Gerne. Über Facebook-Seite, Homepage. Ja. Oder auch Telefon. Telefon auch. Ihr geht auch am Apparat, ne? Wir gehen. Von Donnerstag bis Sonntag machen wir das über Winter. Im Sommer sind wir von Dienstag bis Sonntag halt dann. Weil Eiszeit dann doch besser läuft dann die Winterzeit eigentlich. Okay. Also. Könnt ihr alles nachlesen auf der Homepage oder bei Facebook nachfragen oder hier anrufen. Ist auf jeden Fall schöner, gemütlicher Laden. Kann man dazu sagen? Ja. Ja. Also ich finde es cool. Ich finde es urig. Ja. Passt. Also. Auf jeden Fall. Essen lecker. Die Inhaber. Cool. Bier ist kalt. Was willst du mehr? Ne? Was willst du mehr? Ja. Richtig. Und wenn ihr ganz lieb seid, habt ihr glaube ich auch die Möglichkeit einen ganz hervorragenden Rhabarber. Ich hätte es bald gesagt Likör. Schnaps. Ja. Aber der geht schon so runter wie Likörchen. Lecker. Kann man hier glaube ich käuflich erwärmen? Kann man auch, ja. Ja. Ich rede jetzt nur drüber. Geschmack kann ich nicht rüberbringen. Können wir nicht rüberbringen. Dann müsst ihr herkommen und den ausprobieren. Oder uns glauben. Wenn wir sagen. Schnäpschen kennen wir uns aus. Okay. Ich denke. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden, was wichtig ist? Nö. Jetzt kannst du. Zieh um. Jetzt hau raus. Nee. Ist alles okay. Alles gut. Ich bin froh, dass ihr beide da seid. Ich habe mich richtig gefreut. Ja. Ähm. Gut. Wir kannten uns vorher nicht. Wir haben uns oder du hattest mich angeschrieben über E-Mail, Kontakt und wir sind gerne gekommen. Und es gibt ja so wenig eigentlich gute spanische, echt original spanische Restaurants mit richtig schönen Tapas. Wo man jetzt weiß, okay, derjenige kennt sich aus in Spanien und macht das dementsprechend. Ja. Also, dass man da so. Du warst ja auch, wäre vielleicht mal eine ganz interessante Nummer. Wir haben vorhin mal überlegt, wo überall eine Tapas Bar wo gibt. Schwarmwissen gefragt, Kollegen. Unten reinschreiben. Kommentare. Kennt ihr Tapas-Bare? Bare? Bars. 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 Kennt ihr Läden, wo Tapas verkauft wird? So nämlich. Ähm. Reinschreiben wir bitte. Und das würde mich echt interessieren. Aber auf jeden Fall. Das ist eine Adresse hier. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Merkenswert. San Miguel wirkt. Ist nicht der Gerne. Oder war der Rhabarberschnaps. Auch möglich. Nein. Gut. Alles im Rühmbereich. Wir wollen das ja auch nicht so lange ziehen. Also ihr wisst Bescheid. War lecker. Oder ist lecker. Bleibt lecker. Ja. Und äh. Ist praktisch im. Ja. Für einen Ruhrpott. Rein Ruhrkreis um die Ecke. So. Guckt mal nach. Googelt mal nach. Das könnte. Das weiß ich. Und äh. Wer weiß. Vielleicht sehen wir uns hier. Und möglich auch übernachten. Ja. Genau. Möglichkeiten zur Übernachtung ist auch da. Ja. Und Strom haben wir auch da. So. Hast du auch noch Fair- und Entsorgung? Nein. Nein. Reden. Alles gut. Ja. Leute. Einfach anrufen. Quasseln. Geht. Oder? Reden ist das Beste. Können wir nichts verkehrt machen. Also. Bleibt sauber. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Danke dir. Danke auch.